Hallo und herzlich willkommen bei Meeple King. Heute Folge, keine Ahnung, 50 Martin, ist es Folge 50? 50 Folgen lang unterhalten wir euch jetzt schon. Das heißt, wir gehen auf unser jährliches Jubiläum zu, würde ich sagen. Ja, kann sein. Naja, wenn wir jede Woche einbringen, vielleicht mal ein, zwei Wochen ausgelassen, aber so grundsätzlich, ja. Ja, heute mal wieder auf unserer Casting-Couch, also wer hier mit Bild auf YouTube reinkommt, der sieht uns beide hier mal wieder recht penispräsentierend auf der Couch sitzen. Genau. Dass das schon mal kritisiert wurde, ja, wie wir hier sitzen. Egal, heute haben wir mal keinen Gast dabei, heute reden wir mal nicht groß über, da wollten wir uns eigentlich ein Thema überlegen. Ja, aber machen wir ja immer in der Folge. Ja, spontan oder was? Ja, klar, machen wir spontan. Ja, vorher absprechen, hat nicht geklappt. Wir werden heute auf jeden Fall so ein bisschen über dies und das sülzen, über Sachen, die bei uns eingezogen sind, die ausgezogen sind. Einfach mal ein bisschen Dudes-Talk, würde ich sagen. Ist ja gut für die 50. Folge, finde ich, kann man auch mal so ein bisschen aus der Reihe fallen, beziehungsweise hatten wir die letzten dreimal ja immer einen Gast, ne, jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, die letzten dreimal auf jeden Fall. Das können wir auch mal wieder, auch mal wieder. Also ihr bekommt heute mal wieder so ein bisschen Dudes-Talk hier, den wir quasi früher immer an den Start gebracht haben, bevor wir uns hier mit Gästen zugeknetet haben. Stimmt, wir hatten zweimal Joshua, einmal Alex. Ja. Genau. Ich würde direkt mal anfangen und fange einfach mal mit etwas Nicht-Brettspiel-Typischen an, so wie wir das damals halt auch gehandhabt haben mit lustigen Sachen. Ich habe ja bis jetzt noch nie wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich so auf dem Rettungswagen erlebe. Aber es waren halt wieder so zwei Sachen dabei, die sind einfach erzählenswert, die will ich loswerden, die möchte ich mit der Welt teilen. Das ist egal, wie lange du diesen Beruf machst, kommt immer irgendwas Neues dazu. Das kann ich mir vorstellen. Es kommt immer irgendwas dazu. Und ja, ich bin gefahren mit meinem Kollegen zu einem Typen, bei dem wird seit drei Tagen das Bein immer dicker. Also wahrscheinlich hat er eine Thrombose im Bein. Das Bein ist schon so fast doppelte dicke angeschwollen. Und dann hat er sich so nach drei Tagen überlegt, jetzt rufe ich mal an. Der Typ ist 80 und er hat so wie die Füße von 80-Jährigen halt aussehen. Also er sitzt da ohne Socken, ohne Hose. Ist ja alles völlig okay. Aber die Füße von 80-Jährigen sind halt auch nicht mehr so schön. Hornhaut, abgeledert, vielleicht Fußpflege, ein bisschen vernachlässigt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall setzt sich mein Kollege direkt vor ihn und beide sitzen so ganz normal voreinander auf Stühlen. Und mein Kollege hat eh immer so das Bein abgetastet. Ja, ist okay. Und lehnt sich wieder zurück. Und was macht der alte Herr so ganz genüsslich? Fährt so das Bein nach oben und legt ihn genau gerade auf den Oberschenkel so mit Fuß fast ins Gesicht von meinem Kollegen. Und ich stehe daneben. Ich musste mir so das Lachen verkneifen. Mit welcher Selbstverständlichkeit. Da hat mein Kollege geguckt ihn an. Jetzt können Sie vielleicht mal Ihre Mauken hier runternehmen. So persönliche Wohlfühlzone. 80 Zentimeter Abstand oder was. Ja, also ich weiß auch nicht, was ihn dazu bewogen hat, diesen Fuß auszufahren und einfach auf den Oberschenkel meines Kollegen zu stellen, wie der mich angeguckt hat. Aber hat er denn irgendwas erwartet oder was war die... Ich weiß nicht genau. Vielleicht hat er gedacht, mein Kollege will den Fuß noch mal von unten sehen oder was. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war der Blick gut von meinem Kollegen. Der war sehr geil. Der war sehr geil. Einfach so diese ollen Markenfuße auf seinen Oberschenkel ruflegt. Ja, pass auf. Zweite Story. Die kam tatsächlich gestern. Die ist ganz frisch. Die andere war vorgestern. Wir sollten zu einem... Also es stand drauf, dass der Patient Brustschmerzen hat. 45 Jahre Brustschmerzen und ist beim Edeka. So, dann sind wir gefahren. Wir mussten ziemlich weit fahren. Viertelstunde Anfahrt fast. Und die Adresse, wo wir hingefahren sind, war aber ein Rewe. Also wir haben anscheinend eine falsche Adresse auf unser Navigationssystem bekommen. Aber gut, kann ja sein. Rewe, Edeka, vielleicht haben die sich vertan. Auf jeden Fall erstmal gut. Die Adresse, die wir bekommen haben, ist der Lieferanteneingang von dem Rewe. Das heißt, wir standen auf der falschen Seite von dem Rewe. Und du kannst auch nicht einfach so um den rumlaufen, weil da war überall abgesperrt. Das heißt, du musstest erstmal 100 Meter in die eine Richtung fahren, 50 Meter die Straße lang und wieder 100 in die andere. Also du musstest quasi nochmal ein, zwei Minuten in Kauf nehmen, um da hinzufahren. Dann sind wir da angekommen. Da stand eben an der Salatbar. Und wir stehen an der Salatbar. Da ist niemand. Sieht doch nicht so aus, als ob uns jemand erwartet. Wir sprechen einen Mitarbeiter an da am Rewe. Ist hier irgendwas? Der fragt über den Funk nach. Hat hier jemand jemanden einen Rettungswagen gerufen? Nee, nicht. Okay. Gibt es hier irgendwo noch einen Edeka? Ja, ja, die Straße runter ganz am Ende. Und ja gut, dann fahren wir halt da hin. Dann sind wir fast da. Dann steht vorher an der Einfahrt steht ganz groß Edeka dran. Ja, okay. Fahren wir da rein. Ja, das war aber nochmal ein extra Parkplatz. Der war in sich abgesperrt und war noch 100 Meter vom Edeka entfernt. Frag mich nicht, warum da ein Schild dran ist für Edeka. Also wieder runter von dem Parkplatz, wieder auf die Straße. Ich sage, wenn der Patient jetzt wirklich eine Herzinfarkt hat, ist er dort, bevor wir da sind. Ja, und dann sind wir da angekommen und dann auftritt Freiwillige Feuerwehr. Ich möchte jetzt hier nicht die Freiwillige Feuerwehr runtermachen, versteht mich nicht falsch. Ich fand es halt nur so lustig. Die eine von der Freiwilligen Feuerwehr, die sind als sogenannter First Responder hingefahren. Wenn wir also eine Antwort haben, die länger als 10 Minuten ist, dann kommen die zur Unterstützung und Erstversorgung hin. Kann ja sein, die müssen schon mal reanimieren, etc. Und die war halt da und hat mir, also ich glaube, die war relativ frisch von der Schule, die hat mir das sehr hochtrabend übergeben, den Patienten. Ja, wir haben hier am Thorax einen lateralen Schmerz, der sich von so nach so zieht. Und also, du musst mal verstehen, wenn, also ich mache meinen Job, ich sage, da tut es weh und zeige drauf bei einer Übergabe. Oder ich sage am Brustkorb links, klar, man kann sich, also ich finde, Sprache sollte halt ein Vehikel sein, um Informationen einfach zu übermitteln. Und das können ja alle geil finden, wie sie wollen, im Rettungsdienst mit Lateralschmerz vom Thorax ausgehend nach, keine Ahnung. Hatte ich nach meiner Ausbildung zwei Wochen später schon wieder vergessen, wie man das alles auf schlau sagt. Ich sage einfach, da tut es weh. Und sie hat sich da auf jeden Fall extrem gewählt und schlau ausgedrückt und meinte, ja, es tut ihm hier weh. Und er sitzt da und hält sich die Seite und meint, ja, von jetzt auf gleich, ich stand hier draußen, das war ein brennender Schmerz, der ging hier von oben nach unten runter. Und ich sage, ja, okay, dann nehmen wir ihn erstmal mit in den Rettungswagen und untersuchen ihn. Und dann haben wir ihn im Rettungswagen und draußen sitzt noch die Dame von der Freiwilligen Feuerwehr und schreibt noch ihr ganze Pamphlet, macht noch ihr ganze Blatt fertig. So, und ich untersuche erstmal nur kurz, ich auskultiere, ich höre ab. Lunge, alles okay. Wir nehmen den Blutdruck, alles okay. Ich denke, naja, guckst du den mal an, vielleicht kann man ja was sehen. Und hebst so das Hemd hoch. Ja, den hat eine Wespe gestochen. Was? Hast du richtig gesehen? War ein roter Fleck, ungefähr so sieben, acht Zentimeter groß und in der Mitte war ein Einstich. Ich sage, sie hat eine Wespe gestochen. Was? Nein. Ich sage, doch, passen Sie auf, ich habe ihm ein Foto gemacht, ich habe ihm ihn gezeigt. Hier. Aber ich wurde doch schon mal vor einer Wespe gestochen. Das hat nicht so wehgetan, meint mein Kollege gleich. Ja, aber die hat sie halt da in einer Rippengegend gestochen. Kann schon mal empfindlich sein. Na, aber ich hatte doch ein T-Shirt an. Ja, der ist halt drunter gekrabbelt. Oder wenn die auf dem Shirt sitzt und sie den Arm rannehmen, dann piekt die halt auch mal durchs Shirt durch, ne? Also, ah, okay. Das ist mir ja unangenehm, dass ich jetzt angerufen habe. Da war ich schon kurz davor zu sagen, das möchte ja wohl auch sein. Nein. Aber ich bin dann auch noch mal rausgegangen zu der Dame von der Freiwilligen Feuerwehr. Ich sage, habt ihr euch das mal angeguckt, was der da hat? Naja, der hat ja gesagt, der hatte letztens eine Gürtelrose und so. Ich sage, nee, das war ja nicht die Frage. Habt ihr euch mal angeguckt, was der hat? Nee. Der hat eine Wespe gestochen. Ach so. Hat keiner mal irgendwie das mal angeschaut? Nö. Wo ich dann wieder sage, man kann sich noch so schlau ausdrücken, am Ende komme ich dann hier mit meinem Kollegen hier, die Dödels, die sagen, da tut's weh, heben einfach ein Shirt hoch und sagen, ist ein Wespenstich, wir verabschieden uns dann wieder von einer anderen Stelle. Oh Mann, ey. Und dafür fährst du mit Blaulicht durch die Stadt, ne? Also, er tippt nichts. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, das ist halt wirklich interessant. Vor allem, dass er auch selbst dann so, also man merkt ja eigentlich, wenn so ein Wespenstichartiges ist, ist ja was anderes, als wenn du merkst, es kommt so ein Schmerz von innen irgendwie, dass es sich aufbaut. Und nee, also er hat ja schon gesagt, weiter zu sagen, von jetzt auf gleich, aber. Konnte er ja anscheinend nicht differenzieren, aber. Das war so ein stechender Schmerz. Ja, na klar. Ja, das hat eine gute Beschreibung, kann durchaus hinkommen. War zutreffend. Ja, fehlt mir auf jeden Fall etwas die Worte. Aber man muss halt sagen, ne, so das Einfachste, einfach mal nachgucken, ähm, vergisst man dann. Ja. Weil ich sag mal, 90 Prozent der Fälle siehst du halt auch nichts, weil wie du sagst, der Schmerz kommt von innen, du kannst es halt nicht sehen. Aber ich dachte, guckst einfach mal. Vielleicht siehst du ja wirklich mal eine Rötung, ne? Aber nee, war halt einfach nicht. Ach doch, einen ganz kleinen hätte ich noch, heute Morgen um fünf. Eine ältere Dame, äußerst schmerzempfindlich, also, naja. Sie sagt, ihr ganzer Rücken tut ihr weh, sie ist halt hingefallen. Und ich geh hin, ich fass ihr Shirt an, um es hochzuheben. Ah, brüllt sie mich übel an. Sag, nun machen Sie doch mal ganz ruhig. Ich hab nur ihr Shirt angefasst. Ich hab, das tut weh. Kann überhaupt nicht sein. Ich hab nur ihr Shirt angefasst. Und dann fass ich so, war ja, wo ich an ihrem Rücken sie berührt habe, sie hat ihr brüllt, das tut weh. Witzig war, sie hat sich danach mit meinem Kollegen unterhalten, und während sie sich mit meinem Kollegen unterhalten hat, hat halt ihr so ihren Rücken abgetastet, da hat sie halt nix gesagt. Aber als sie dann mich wieder angeguckt hat und gemerkt hat, dass ich ihr den Rücken abtaste, hat sie mich wieder angeschrien, ne? Und sagt uns auch, sie kann die Arme überhaupt nicht bewegen. Pass auf, und dann haben wir sie im Krankenhaus abgeliefert, sie liegt auf der Trage und macht so den, danke. Also für alle Podcast-Hörer, sie nimmt beide Arme hoch und winkt uns und sagt danke. Und zu Hause hat sie gesagt, sie kann nicht mal die Arme bewegen, weil es so weh tut. Und ja, egal, falls euch da draußen so eine Einsätze interessieren, falls ihr das auch witzig findet und wir das ab und zu mal, oder ich das ab und zu mal erzählen soll, kann ich gerne machen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber das ist immer sehr faszinierend, wenn Menschen dann so extrem schmerzempfindlich sind und man sich dann quasi so unterhält mit den Leuten. Und dann in dem Moment, ja, letztens saß ein Obdachloser am Straßenrand und sie meinte, ja, und er hat vorhin seinen Arm gezittert. In dem Moment fing natürlich sein Arm an zu zittern. Dann hat er wieder aufgehört. Ja, aber der muss doch behandelt werden. Der hat doch irgendwas. Ich sag, weil sein Arm zittert. In dem Moment fing wieder sein Arm an zu zittern. Ich sag, der tut nur so. Und dann habe ich ihn angeguckt. Ich sah auf, rumzuspinnen. Und plötzlich hat der Arme aufgehört zu zittern. Aber das sind halt so Erfahrungswerte. Wenn du da ankommst und fährst seit einem Jahr Rettungsdienst, dann nimmst du dir das voll zu Herzen, machst da große Medizin und versuchst da irgendwas zu reißen. Ich habe da gar nichts gerissen. Ich glaube, da ist Berlin halt auch wirklich genau, also da hast du wahrscheinlich wirklich alles. Also das ist wahrscheinlich überall so großstadt. Aber in Berlin hast du halt Großstadt. Ja, also Hamburg fährst oder so. Aber der hat ja den Mund aufgemacht. Da war nur ein Zahn vorne, so ein Silberner, der guckte so schräg zur Seite und ich mir sagte sofort, oh, ohne Zahn. Aber okay, so viel zu meinem Leben. Das sind dann aber wenigstens so Einsätze, die machen es wenigstens ein bisschen witzig, ja. Ja. Was hast du so erlebt? Toll, das fragst du jetzt. Pass auf, ich habe aus dem Apple Store habe ich auch eine Sache. Tatsächlich, ich bin ja auch mit Kundenkontakt, da erlebt man ja auch immer wieder interessante Dinge. Und wir haben so eine Position, die heißt Onpoint, das heißt, ich bin vorne und empfange sozusagen die Leute in den Store, frage, kann man irgendwie was helfen, haben sie einen Termin oder bla bla bla. Und bist der Verteiler. Ich bin der Verteiler quasi, begrüße die Leute. Da kam eine Frau, eine ältere Dame. Ich kann gar nicht, ich weiß nicht mehr so richtig, wie das Gespräch losging. Aber sie wollte jetzt sofort Hilfe mit ihrem Telefon. Sie hatte irgendwas mit ihrem iPhone, hat sie aber nicht benannt, das Thema. Und ich sage, ja warten Sie, haben Sie denn einen Termin dafür? Haben Sie schon mal online angerufen? Ne, ne, setzen wir uns jetzt mal da drüben an den Tisch. Ich sage Ihnen das. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn, dann müssen wir einen Kollegen fragen. Ich bin hier vorne und quasi, ne, also ich habe erklärt, was ich mache. War also Akutsprechstunde. Akutsprechstunde. So, ne, 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 jetzt bleiben Sie mal ruhig und setzen Sie sich mit mir hin und helfen mir. Also da dachte ich so, sagen Sie mal bitte, kommen Sie jetzt mal wieder runter und erklären mir kurz, was das Problem ist und dann sehen wir mal weiter, ob wir Ihnen helfen können. Und dann, also wenn Sie mein Schüler gewesen wären damals, hat die plötzlich angefangen, also scheinbar eine Lehrerin, ich weiß es nicht. Und also so völlig aus der Kalten ist die plötzlich von 0 auf 180, wirklich. Und ich habe gesagt, jetzt bleiben Sie doch mal bitte ruhig. Und dann sagt, nur weil Sie keinen Master haben, brauchen Sie mehr gar nicht, also Sie haben keinen Master, da brauchen Sie mehr gar nicht. Und dann hat sie irgendwie angefangen, plötzlich meine Bildung in Frage zu stellen. Und ein Kollege stand daneben und hat mich am nächsten Tag dann gefragt, wie hat denn das Gespräch eigentlich angefangen? Ich so, das war der Anfang des Gesprächs. Und ich, also das habe ich, das habe ich so noch nicht erlebt. Also die Frau war von jetzt auf gleich völlig, also hat angefangen, einen zu beleidigen und die Bildung in Frage zu stellen. Und ich habe das an einem Kollegen übergeben, weil da brauchst du auch nicht mehr anfangen, mit der Frau zu reden. Ich habe danach mit der Kollegin auch noch mal gesagt, ja, die war irgendwie sehr seltsam, hat auch nicht so richtig locker. Und im Endeffekt hat sie irgendein Problem mit irgendeinem Passwort oder so gehabt. Also irgendwas völlig Banales, was sie, er hätte einfach mal sagen können. Das ist halt so, wenn sie halt nicht formuliert, was sie im Hof lebt, kann ich ihr das halt nicht ansehen. Ja, das kenne ich. Also dann gerade die älteren Herrschaften, wenn die dann bei sowas gleich durchzünden, wie oft mein Kollege da bei Patienten sagt, jetzt hören Sie mir doch mal zu. Ja. Hören Sie doch mal, was ich sage. Also die sind dann teilweise wirklich so in ihrer eigenen Welt und wollen das, was sie sagen wollen, loswerden. Aber du musst ja erst mal herausfinden, was ist denn überhaupt das Problem? Ja, das habe ich noch was ganz Kleines, hatte nichts mit den Kunden und so zusammen. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren in Dresden vom Fitnessstudio nach Hause und wir haben bei uns eine Unterführung mit einer Brücke und die wird gerade gebaut. Und auf der einen Seite kommt man quasi mit dem Fahrrad durch, auf der anderen nicht. Das heißt, ich bin kurz vor dieser Unterführung mit dem Fahrrad auf dem Gehweg gefahren, weil es halt auf der linken Seite war. So ganz langsam kommt mir so ein Typ entgegen und läuft mir quasi so, dass er mich anbufft. Ich so, entschuldigen Sie bitte, was ist denn los? Ja, das ist ein Gehweg. Ich so, ja, entschuldigen Sie, ich möchte bitte da unten unter die Unterführung. Auf der anderen Seite kommt man nicht durch. Ja, ist mir doch scheiße. Geil. Und dann hat er auch angefangen, mich vollzubauen. Dann denke ich so, was ist denn mit den Leuten los? Dass du die, also so von einfach anfangen zu beleidigen, hat er auch gesagt, ja, wenn man so dumm ist, dann kann man das auch nicht verstehen, hat er mir gleich gesagt. Da dachte ich mir, ja gut, haben Sie ja den richtigen gefunden und bin weitergefahren. Also. Vielleicht liegt es doch an dir. Ja, vielleicht bin ich einfach so dumm, aber das hat mich so richtig, also das hat mich kurz betroffen gemacht, weil ich dachte, hä? Also wirklich, ich bin langsam ihm vorbeigerollt, der kommt mir in den Weg und fängt an, mich zu beleidigen, weil ich nicht auf dem, also grundsätzlich ist es ja ein Gehweg, aber wenn ich ihm sage, ich möchte da unten drunter durch, es geht nur auf der einen Seite drunter durch. Und er dann aber, da sieht er halt logischerweise nicht ein, dass es vielleicht richtig ist, sondern da war er dann schon drin bei sich im Modus. Da hat er gleich so weitergemacht. Ja, also es war, hat mich dann kurz beschäftigt. Da dachte ich so, was ist denn mit den Menschen los? Oder? Oh, da hätte ich auch gesagt, jetzt kommen wir ins Detail, ey. War vor zwei Wochen, also auch noch ganz frisch. Wir sind an der Einsatzstelle angekommen und der Notarzt stand schon am Straßenrand und hat sich mit dem Patienten beschäftigt und wir sind halt mit dem Rettungswagen dann eben mitten auf dieser Straße stehen geblieben, damit wir sofort raus können, um zu behandeln. Und es war aber nur eine schlanke Straße, also kommt immer nur ein Auto durch. Und uns kam gerade eine ältere Dame entgegen. Die hält fünf Meter vor unserem Rettungswagen an, während wir anhalten mit Blaulicht und aussteigen und fängt an, wie eine Bekloppte zu hupen und zu gestikulieren. Wir sollen da wegfahren, sie will da durch. Vielleicht hast du schlecht gesehen, na gut, dann solltest du vielleicht nicht Auto fahren. Ey, mein Kollege, der reagiert ja auf sowas leicht allergisch, sofort komplett durchgezündet, ist hin, gleich wie sie hupt und ich will da durch. Und ich dachte, hast du eine Meise? Bist du nur ganz dicht oder was? Und hast du da hingegangen? Hat sie angebrüllt, sie saß mit großen Augen am Lenkrad, hat nichts mehr gesagt. Und jetzt noch das Letzte, wo du vorhin gesagt hast, die Leute können nicht mal sagen, was das Problem ist. Du kommst an der Einsatzstelle an, wir machen die Tür auf, auf dem Einsatzzettel stand bloß drauf, die Mama ist gestürzt, die Tochter macht uns die Tür auf und begrüßt uns mit, müssen sie sie mitnehmen? Ich sag, keine Ahnung, muss ja erst mal gucken, was sie hat. Und während wir durch die Wohnung laufen, fragt sie mich, in welches Krankenhaus geht's denn? Ich sag, keine Ahnung, muss ja erst mal gucken, was sie hat. Das ist wirklich, die Leute kommen nicht aus ihrem Kopf raus und denken, mit sich selbst ist ja schon alles abgeklärt. Wie kommen dann nur noch so einzelne Worte raus? Wie ist es denn? Das ist schlimm. Wir sind nur noch da, um das umzusetzen, was sie sich schon überdacht haben. Gut, das sind wir kurz mal abgetrefft. Schön, haben wir mal ein bisschen gelacht. Ja, auch okay. Muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal sein. Brettspiele? Ja, ich wollte gerade fragen, weil ich habe jetzt nicht so wirklich, ich wollte Wonderlands War spielen, denn Wonderlands War ist angekommen bei mir. Herzlichen Glückwunsch. Anfang Mai bestellt. Sollte Ende Mai geliefert werden. Jetzt kam es Ende August. Mitte August, muss man ja fairerweise sagen. Ja gut. Hat mich schon dann nach und nach, ich habe auch immer wieder so Posts gelesen in irgendwelchen Gruppen oder so. Ja, die haben es immer noch nicht verschickt. Also habe ich auch selber mitbekommen, weil haben die Leute. Das krasseste war, die haben dann nochmal ein paar Plätsches freigegeben, also ein paar Pakete, die sie schon mal sofort verschickt haben. Also die haben Anfang August nochmal irgendwie ein paar Pakete zum Verkauf freigegeben und die wurden direkt versandt. Da habe ich dann gedacht, jetzt ist aber, also jetzt hackt es langsam. Da haben auch alle gesagt, also... Ist das eine Tochterfirma von Elf Creek Games? Vielleicht sind die miteinander irgendwie, das ist der gleiche Manager. Also da habe ich dann auch gedacht, das kann ja jetzt nicht sein. Also was auch immer die Probleme sind, es kann ja sein, dass dies nicht deren Schuld war, das irgendwo stecken geblieben ist. Aber dass dann sowas kommt, da dachte ich dann auch, ne. Also wenn es jetzt nicht innerhalb dieser Woche versandet wird, dann stünde ich einfach meine, also da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann wurde es am nächsten Tag tatsächlich dann versandt. Ja, verrückt. Aber das fand ich trotzdem sehr seltsam, ja. Ja, wir wollten spielen, aber leider ist der Spieleamt dann doch nicht zustande gekommen. Deswegen... Ich habe Hackmack gespielt, aber da würde ich jetzt nichts drüber erzählen. Mehr kann ich jetzt gerade nicht. Aber ihr merkt, Hackmack, wir spielen es immer wieder. Also es kommt konsequent auf den Tisch. Es kommt konsequent auf den Tisch. Definitiv. Ich habe Paper Dungeons gespielt mit Watschel. Ja. Ein Kumpel. Und der ist gut reingekommen. Also der spielt nicht so viele Brettspiele, aber es war anscheinend sehr gut verständlich für ihn. Er war am Ende auch nur zwei Punkte hinter mir. Ich war so bei 113 und er bei 111 oder so. Also dafür, dass er selten Spiele spielt hat, das anscheinend gleich von vornherein sehr gut verstanden. War meine zweite Runde Paper Dungeons, die ich jetzt gespielt habe. Und ich muss sagen, sie hat sich genauso wie die erste Runde angefühlt. Mhm. Also wir haben ja andere Bosse genommen. Aber ich muss schon sagen, ich habe dann ein kleines bisschen mehr erwartet. Also du hast, wenn du andere Bosse nimmst, das, was sich unterscheidet von den Bossen, ist halt lediglich, welcher Held macht mehr Schaden auf diesen Boss und was gibt er dir, wenn du ihn umhaust als Belohnung. Und das ist alles, was sich unterscheidet. Also es gibt keine Sonderbedingungen oder wo du jetzt hast, der Schurke macht gar keinen Schaden. Oder man hätte ja auch sagen können, um gegen diesen Boss extra Schaden zu machen, um so viele Felder um ihn herum, wie du abgelaufen hast, dass du ihn vorher eingezingelt hast, machst du extra Schaden. Oder du hast alle Goblins vorher getötet. Also irgendwie so ein Ziel, was erstrebenswert ist. Aber die Bosse sind einfach super eintönig. Das Spiel macht Spaß, keine Frage. Aber ich habe zwei Runden gespielt. Ich habe gefühlt alles gesehen. Mhm. Die erste Runde und die zweite. Klar, ich bin durch einen anderen Eingang reingegangen. Ich habe das Feld von einer anderen Richtung aufgesäumt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, boah, das muss ich jetzt auf jeden Fall noch eine dritte und eine vierte Runde spielen. Ich habe auch beide Runden nahezu die gleiche Punktzahl gehabt, obwohl ich andere Taktiken angegangen bin. Du hast ja diese blauen Karten, die sich halt ein bisschen unterscheiden. Ganz kurz einwerfen, das ist ein Roll and Ride. Nur für Leute, die es noch gar nicht gehört haben. Paper Dungeon ist ein Roll and Ride, wo man quasi mit so hellen durch einen Dungeon läuft, den man sich so nach und nach einzeichnet, wo man langläuft, Gegenstände sammelt, Punkte sammelt und so weiter und so fort. Super thematisch, alles gut gemacht. Und du hast ja diese blauen Karten, die deinen Spielstil so ein bisschen verändern. Und da hatte ich halt beim ersten Mal, dass ich immer Bonustränke kriege. Okay, die habe ich halt komplett ausgenutzt, weil ich einfach durch alles durchmarschiert bin. Diesmal habe ich gehabt, dass ich Fallen ignoriere. Ist ja vom Prinzip her eigentlich das Gleiche. Also entweder ich habe genug Tränke, dass ich den Schaden gut verteilen kann, dass es mir egal ist oder ich kann durch die Fallen durchlaufen, dann ist es mir auch egal. Aber unterm Strich, also ich habe es Gordon jetzt wiedergegeben, er hat es mir ausgeliehen und ich habe es jetzt zwei Runden gespielt und dachte, okay, kann wieder weg. War cool. Wenn Gordon es mal mitbringt, ich würde es halt auch mal eine Runde mitspielen, aber es muss halt echt nicht weiter bei mir im Regal liegen, weil mehr macht das Spiel dann auch wirklich nicht her. So ein bisschen wie bei Merchants of the Dark Road, wo wir gesagt haben, du spielst es zwei, drei Runden und hast das Gefühl, ich habe alles gesehen. Ich finde, das ist tatsächlich ein super interessantes Thema, weil da habe ich in letzter Zeit auch so dieses Gefühl, was muss ein Spiel denn an Varianz bringen, dass man wirklich sagt, das ist jetzt ein Keeper, wie man so sagt, das hat man wirklich über eine sehr lange Zeit und hat immer wieder Lust, das zu spielen, weil genauso Merchants of the Dark Road haben wir gesagt, das ist ja kein schlechtes Spiel, aber dann spielst du es drei, vier Mal, dann ist es okay und dann kannst du es halt wieder weiterverkaufen und das ist halt, in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, es ist echt oft bei Spielen, ich weiß nicht, ob das einfach mit der Zeit kommt, wenn man so viele neue Spiele macht, ob man irgendwann sagt, ich will halt auch immer wieder was Neues probieren und nicht immer auf der gleichen Schiene irgendwas machen, aber das ist schon krass, wie man wirklich, wie ich auch selber merke, so, ja, hast du jetzt zwei, dreimal gespielt, ist ein gutes Spiel, aber reicht irgendwie dann auch aus. Also, du hast jetzt zum Beispiel Anak ja zum Verkauf zum Beispiel reingestellt, auch ein gutes Spiel. Habe ich auch verkauft, jetzt ist rausgegangen, ja, es ist ein gutes Spiel und ich habe es halt drei, vier, vier Runden oder so, habe ich es gespielt und habe ja auch mit der Erweiterung dann gespielt, obwohl ich jetzt nicht das Gefühl hatte, trotz diesen neuen Charakteren, die bei Anak drin sind, dass es eine wirkliche Bereicherung für das Spiel war, also es war okay. Ich fand es cool, dass eine neue Karte dazu kam, die so ein bisschen andere Mechanik mit reingebracht hat. Das war eigentlich deutlich mehr eine Bereicherung als die Charaktere an sich. Das hat auch Spaß gemacht, das ist auch ein gutes Spiel, aber es ist jetzt halt einfach ausgezogen, weil jetzt kommen halt viele, viele neue Spiele an, ich muss ein bisschen ausräumen und dann überlegst halt schon, welches Spiel wird jetzt in nächster Zeit nochmal auf den Tisch kommen und da war Anak dann halt einfach nicht dabei, muss ich sagen. Ja, ich habe gerade so ein bisschen bei mir im Kopf überlegt, was denn eigentlich so ein Kriterium dafür ist, dass das Spiel... Haben wir da nicht schon mal so ein bisschen drüber gesprochen? Wir haben das ganz kurz angeschnitten mal, aber wir haben es halt nicht... Können wir ja gerne zum Thema dann der Sendung am Ende machen. Ja, ich habe nichts zu erzählen über eure Spiele. Mr. Hackmack hat nichts weiter zu erzählen. Ich habe nichts zu erzählen, ne. Okay. Ja, genau, deswegen ist es ausgezogen, so Lizard Wizard versuche ich zum Beispiel auch gerade zu verkaufen. An sich auch kein schlecht gemachtes Spiel, ne. Ist ja wie dieses Raccoon Tycoon. Ja. Aber auch bei dem Spiel war ja die Spielzeit absolut ekelhaft lang mit drei bis vier Stunden und du hast bei dem Spiel dann auch irgendwann so die Hemmschwelle, dass du es eben aus genannten Gründen dann nicht mehr auf den Tisch packen willst, ne. Und wir hatten schon beim nächsten... gesagt, wenn wir es nochmal spielen, müssen wir einfach das Spiel beschneiden. Wir müssen viele Karten rausnehmen von vornherein, damit es halt nicht so lange dauert. Aber es ist auch irgendwie blöd, ein Spiel auf den Tisch zu packen, was du vorher schon beschneiden willst, damit das dann seine richtige Spiellänge erreicht. Also an sich ein schönes Spiel. Es hat sich auch fluffig runtergespielt, aber wenn du dann so eine Vielzahl an Spielen hast und dann auch so viele neue ankommen, dann ist es halt echt schwierig, ne. Und apropos neue Spiele kommen an. Also bei mir geht es jetzt gerade richtig los. und da kommt jetzt dieses Keep Heroes Out. Ja, stimmt. Also da geht es darum, dass ihr versuchen müsst, Helden davon, also ihr spielt die Monster und ihr müsst Helden davon abhalten, in euer Dungeon zu kommen und euch Schätze zu klauen. Das sieht halt super niedlich. Also diese Figuren sehen super niedlich gemacht aus. Es gibt sieben oder acht verschiedene Monsterklassen, die ihr wählen könnt, die auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Und dann müsst ihr halt versuchen zu verhindern, dass die Helden euch die Schätze klauen. Und das ist ein kooperatives Spiel. Fand ich damals super niedlich, habe ich gebackt. Das kommt jetzt sehr zeitnah an. Nächste Woche, übernächste Woche, so in dem Dreh. Dann nächsten Monat kommt halt endlich Endless Winter an. Das wurde jetzt auch schon angesagt. Ja, aber irgendwie haben Leute das schon, waren das dann Presseexemplare? Ich denke mal, dass das Presseexemplare waren. Wahrscheinlich, ja. Okay, also es kommt erst nächsten Monat. Es kommt eigentlich offiziell erst nächsten Monat an, genau. Ja, genau. Die Becker kriegen das halt später. Das ist wichtig. Hast du die, ist es eine deutsche Version bei dir oder die englische? Deutsche. Okay, also das ist quasi schon die von Frosted Games. Korrekt. Okay, okay, erst klar. Korrekt. Das finde ich übrigens mal großes Lob an die Leute von dem Spiel Oathworn. Da haben wir auch eine Anfrage gestellt und die haben gesagt, als allererstes werden alle Becker bedient und wenn die ihr Zeug haben, dann sind die Influencer und alle anderen dran. Und so sollte es sein. Ja, fand ich auch richtig cool. Also generell haben die ja immer grundsätzlich, auch von Anfang an, wo Martin die mal angeschrieben hat, hat, weil Martin war nicht im Plätsch drin damals, hat gesagt, der fand es aber richtig cool, ob es da noch eine Möglichkeit gibt, da haben die gleich gesagt, ja, alles klar, kriegen wir irgendwie hin, wenn es dann rauskommt. Dann gab es ja übelst die Probleme und wir haben schon gedacht, ach, wer sieht, können wir da jetzt nochmal? Ja, verzögert, ne? Der hatte zu uns gesagt, meldet euch nochmal im September, dann wird es rausgeschickt. Ja, und jetzt dieses Jahr im September wird es rausgeschickt. Genau, also dann war ja auch dieses Problem, wo sie quasi mit dem Geld, wo sie nochmal was nachfragen mussten, dass die die Becker nochmal Geld dazu geben. Da haben wir schon überlegt, oh, wird das jetzt noch was? Will man nochmal nachfragen, wenn die wirklich schon so Probleme hatten, aber war bei denen gar kein Ding. Die haben gesagt, ja, wir wollen ja eh nochmal eine neue Kampagne machen, haben sie auch schon offiziell gesagt und dann denke ich mal, wird es da im Zuge dessen von uns nochmal wahrscheinlich ein Video zu geben, ein bisschen angetestet haben, das Spiel, wenn wir das dann bekommen. Auf jeden Fall. Dann Scarface 1920, auch abgeschickt, soll nächsten Monat ankommen. Ja, stimmt. Ja, und es wurde jetzt Weather Machine, die haben gerade gelockt. Die haben gemeint, wird bald in China verschickt, also wird dieses Jahr wahrscheinlich auch noch ankommen. Nein, das ist krass. Guck mal, ich fühle große Sachen auch. Genau, also so richtig viele auch extrem große Spiele, deswegen muss ich da wirklich gucken, dass ich ein bisschen aussortieren kann. Kleiner Tipp, ich habe es mal in unsere Discord-Gruppe reingeschrieben, wenn ihr jetzt aktuell auf Kickstarter-Spiele seht, die euch interessieren, wäre mein Tipp, wenn ihr sie in amerikanischen Dollarn bezahlen müsst, dass ihr erstmal mit einem Euro reingeht in den Pledge und dann noch wartet, bis der Pledge-Manager aufmacht, weil aktuell herrscht ja Parität, das heißt Dollar und Euro sind ungefähr gleichgestellt und mit ein bisschen Glück, wenn der Euro sich erholt und wieder auf 1,20 im Verhältnis oder der Dollar 1,20 im Verhältnis zu einem Euro steht, dann hättet ihr in dem Moment einen 20-prozentigen Discount auf das Spiel. Also es lohnt sich da schon, zu warten. Die Umrechnung ist einfach, aber es nervt ein bisschen, weil früher war es halt immer so. Jetzt kriegen wir die Spiele halt volle Breitseite mit dem vollen Preis hier ab und da kommen manche Spiele schon super teuer. Ich bin bei Moonwreckers, bin ich reingegangen mit einem Euro, weil ich dachte, kannst ja machen, wegen dem, schreiben die mir gleich eine Woche nach dem Ding, ja der Pledge-Manager ist offen, verdammt. Scheiße. Das war nicht der Plan, ja. Ansonsten, Nanolith möchte ich einfach mal wieder kurz pitchen. Die sind jetzt bei 150.000 Euro, finde ich richtig, richtig gut, geht noch 22 Tage, Dungeon-Crawler mit einer richtig fetten Storyline, die hauen News ohne Ende raus. Und ihr könnt in den Updates, erzählen sie eine kleine Mini-Geschichte mit Rätseln dazu, da könnt ihr gerne miträtseln oder euch das einfach durchlesen, ziemlich cool, die sitzen jeden Tag daran, denken sich was aus und popeln dran rum, also ziemlich coole Geschichte das Ganze. Und es geht nächsten Monat, übernächsten Monat, jetzt muss ich kurz überlegen, im September geht Materia Prima mit einer Erweiterung an den Start, Inquisition. Materia Prima ist ein Pick-up-and-Deliver-Spiel von einem Deutschen, von dem Florian. Und wunderschöne Optik, er macht alles selber. Und da werden wir auf jeden Fall noch was dazu sagen. Und nächsten Monat kommt dann dazu der Kickstarter und der führt einen kooperativen Modus ein, wo er sozusagen zusammen gegen die Inquisition versucht zu bestehen. Und darum hat er eine große Storyline geknüpft, weil er gerne die Geschichte dieser Welt weitererzählen möchte. So, und dann der letzte aufkommende Kickstarter-Pitch für heute. Und zwar Magical Friends and How to Summon Them. Wir hatten auch schon einmal darüber berichtet. Das Spiel war letztes Jahr, haben wir es getestet. Da war es auf Kickstarter. Leider ist es nicht zu einer Finanzierung gekommen. Ist auch von einem Deutschen, von Clemens. Das Spiel hat so ein bisschen eine Mensch-ärger-dich-nicht-Mechanik, aber viel, viel umfangreicher. Man versucht mit sehr, sehr vielen Figuren von einem Ort zu einem anderen zu kommen und man kann sich gegenseitig rausschmeißen. Also mittlerweile gibt es statt 40, 50 Figuren im Basisspiel, man kann es mit bis zu fünf Spielern spielen und versucht dann halt geschickt, die Figuren auszuwählen, die einem in Vorteil bringen, die schneller laufen können, die spezielle andere Figuren rausschmeißen können, die irgendwas Spezielles machen können. Das Ganze geht am 6. September in die zweite Runde und seitdem es nicht geklappt hat, letztes Jahr hat sich Clemens reingesetzt, hat mit sehr viel Feedback der Community gearbeitet, hat halt neue Sachen entwickelt und entworfen und hat die versucht, in das Spiel reinzupacken. Optisch sieht das Spiel super hübsch gemacht aus. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Er hat auch die Spielzeit an sich etwas verkürzt, hat er gesagt, dass das Ganze ein bisschen fluffiger und ein bisschen schneller vonstatten geht. Ich wollte gerade noch sagen, dass wir das Gefühl hatten, das war irgendwie so ein Schnuff zu lang. Ein Schnuff zu lang, ey. Ich erinnere mich nämlich auch dran, dass es dann während der Messe, hatte ich auch gesehen, dass es dann ja gerade online war und das irgendwie nicht ganz so zufriedenstellend lief, aber es ist ja cool, dass dann einfach nochmal ein bisschen nachgearbeitet wurde und jetzt ja scheinbar nochmal ein, zwei Sachen nochmal an Stellschrauben gedreht wurden. Genau. Und am 6. September versucht er es dann quasi nochmal auf Kickstarter. Schaut euch das Spiel ganz gerne mal an oder unseren Bericht dazu Magical Friends and How to Summon Them. Achso, siehst du, ein Kickstarter ist gerade noch online. Dazu möchte ich bloß mal ganz kurz was sagen. Und zwar, kurz muss ich mal reingucken, ich kann mir den Namen nicht merken. Der jetzt gerade, den man quasi gerade unterstützen kann, wenn es so. Genau. Und zwar Barbaric, die Figuren, die Figuren, es ist so eine Art Arena-Spiel, ja, Competitive Board Game, Choose Your Rider, Build Your Gear, bla, 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 fight against other Monsters. Die Monster aus dem Spiel sehen super geil aus. Die sehen super individuell aus, richtig, richtig gut gemacht, extrem hübsches Ding. Wenn ich, jedes Mal, wenn ich auf Facebook die Werbung dazu kriege, ich scroll so durch und sehe da so Figuren, die sehen schon richtig hammermäßig gut gemacht aus. Hast du dir das schon mal angeguckt? Nee, ich glaube gar nicht, nee. Ich hatte dir schon mal kurz angerissen, was das Problem bei dieser Kampagne ist. Ich zeige dir einfach nur mal ganz kurz so ein, zwei Figuren. Guck dir mal an, wie die aussehen. Die sehen schon sehr, sehr gut aus. Oha, ja. Für ein Arena-Spiel, die sehen auch sehr unterschiedlich aus, aber das Problem ist, dass die das Spiel quasi aufgeteilt haben. Also die haben halt wieder monstermäßig krass designte Figuren reingepackt und man hat jetzt hier quasi, wenn man die unterstützt, man könnte die Core-Box Part 1 haben, dann ist man bei 119 Euro. Core-Box Part 2, 119 Euro. Core-Box Part 1, Alter. Ja. Ey. Sorry, aber. Oder wenn man halt sagt, ich möchte wirklich alles von dem Spiel haben, was es gibt, dann hat man hier im Collector-Set, im Early Bird, ist man bei 328 Euro. Also man hat halt wieder so das Gefühl, okay, ich kann mir die eine Hälfte des Spiels kaufen oder das eine Drittel, ich kann mir das andere Drittel kaufen oder ich bezahle halt 330 Euro und dann ist gut. und die Facebook-Kommentare sind auch sehr interessant, wenn die was posten, also zum einen gab es wohl sehr fragwürdige Stretched Goals am Anfang, die auch so Kickstarter-exclusive waren und FOMO, also FOMO heißt, dass man versucht, Leute versucht, in etwas reinzutreiben, durch Angst zu verpassen. Also Fear of Missing Out heißt es und das war wohl ganz extrem in dieser Kampagne, das wurde unter den ersten Facebook-Beiträgen stark bemängelt, haben sie dann aber runtergeschrieben, sie haben ihre Stretch Goals überarbeitet, also sie hören auf das Feedback der Community und die Leute haben aber trotzdem alle runtergeschrieben und das eine Kommentar, worauf ich eingehen will, der eine hat drunter geschrieben, das ist einfach viel zu teuer, wenn man so das Gefühl hat, ich kann immer nur die eine Hälfte die andere des Spiels kaufen oder ich lege halt 330 Euro für ein Spiel, was ich nicht kenne, auf den Tisch, was frisch rauskommt, ist einfach viel zu teuer und er findet auch, dass die Zeit dieser Riesen-Kickstarter, dieser völlig überfüllten, überladenden Kickstarter, ist halt einfach vorbei. Weil die Preise einfach zu hoch werden für die einzelnen Sachen, also du hattest ja früher, hattest du für einen relativ guten Preis manchmal schon in Boxen echt viel drin, das ist mittlerweile einfach für die Leute gar nicht mehr möglich, weil es einfach alles so viel teurer wird und dann kannst du aber nicht, ja was du schon sagst, 330 Euro für ein Spiel, was du nicht kennst, nee, das ist einfach zu much. Vielleicht waren wir auch einfach verwöhnt, kann natürlich auch sein, also wenn man dann so im Nachhinein überlegt, was man jetzt zum Beispiel bei Wonderland's War oder so drin hat, dann für damals die Kickstarter 130 Euro plus Versand, okay, oder 120, ja, da hat man dann ja, oder Dwellings of Eldervale, wollte ich jetzt noch gerade zu kommen, hat man ja damals in der Deluxe-Edition sogar diese Soundbars mit drin gehabt, schon wo die Drachen richtig grunzen und so, wenn man die übers Feld schiebt, das hat glaube ich 140, 150 Euro gekostet. Das habe ich noch gar nicht gehört, ich habe mich damit noch nie beschäftigt mit dem Spiel, aber die Soundbars, nee. Ja, da sind Soundbars drin und wenn man die großen Drachen über das Spielfeld bewegt, dann machen die Sounds, dann knurren die richtig oder so. Oh mein Gott. Also megamäßig geil, hätte ich das damals mal so ein bisschen mehr auf dem Schirm gehabt, aber du hast halt, die Deluxe-Edition hat damals 140, 150 gekostet mit diesen Soundbars, was ja ein megamäßiger Preis ist dafür, aber die geht für 300 bis 400 Euro über den Tisch, und die werden jetzt demnächst ist der Second Print Run von Elder Veil, aber da gibt es halt nur noch die Standard-Edition, also es gibt nicht mal die Deluxe, selbst die Deluxe ist halt schon richtig teuer, also du kommst nur noch an die Standard-Edition ran. Krass, okay. Dieses Spiel fasziniert mich und zwar aus folgendem Grund, ich habe mir das damals bei der Kickstarter, ich glaube ich jeden Tag habe ich mir die Kampagne angeguckt und dachte immer, die Kämpfe werden ausgewürfelt, nein, das ist nichts für dich, aber es hat so ein cooles Board mit so vielen verschiedenen Elementen, es gibt 16 verschiedene Klassen, die man spielen kann, das sieht alles super geil aus, aber die Kämpfe werden ausgewürfelt, nein, ich will nicht. Dann habe ich dann irgendwann mal später wieder gedacht, naja, jetzt ist es ja nicht mehr so ganz mit Würfeln und es gibt dieses Element-Board mit den verschiedenen Elementen, so hat sich das jetzt über zwei Jahre oder anderthalb hingezogen und jetzt letztens habe ich mal wieder reingeguckt und dachte, naja, so schlimm ist ja Würfeln mittlerweile nicht mehr und es gibt dieses Element-Board. Ich konnte jetzt echt nicht mehr widerstehen, ich habe mir dann jetzt Dwellings of Elder Veil in der Standard-Edition geholt und ja, ging auch tatsächlich, habe ich in die Brettspielgruppe, habe ich einen Post reingemacht, ich suche das und da hat einer reingeschrieben, ja, hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich würde meine Standard-Edition verkaufen und hat direkt einer da runtergeschrieben, wie viel willst du denn haben und hat dem das quasi versucht schon abzuluchsen. Die haben dann fünf, sechs Mal hin und her geschrieben, bis der dann drunter geschrieben hat. Der meinte, ich habe die Standard-Edition und er hat gesagt, naja, aber erst mal rede ich mit dem Thread-Ersteller, weil das, was du hier machst, das war geil. Ja, grundsätzlich schon, aber es gibt genug Leute, die es einfach drauf scheißen, sagen, es ist weg, ist weg. Gibt es genug Leute. Ja, es ist aber ein totales Unding. Also ich habe so eine Post schon runtergeschrieben, wenn ihr euch nicht einig werdet oder noch jemand eins übrig hat, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ja. Aber dann einfach wirklich versuchen, mir das abzuluchsen. Also fiese Nummer. Das ist richtig asoziale. Richtig asoziale Nummer, dann versuchen, dem das da wegzunehmen. Der hat es jetzt auf jeden Fall mir verkauft, aber der Second Print Run dieses Jahr im September, Oktober soll er auf der offiziellen Webseite des Spiels gehen und ich habe schon gesehen, dass zum Beispiel die Spiele-Schmiede oder Spiele-Offensive auch Exemplare haben wird. Sie verschmieden es nicht, sie verkaufen es einfach als Händler. Und im Dezember steht da, sollen sie es geliefert bekommen. Da kann man sich jetzt nicht so drauf verlassen. Ja, und preislich haben wir dann so ein bisschen hin und her verhandelt. Er wollte ein kleines bisschen mehr haben als das, was er bezahlt hat, wo ich dann aber gesagt habe, ey, es wird für 90 Euro versandfrei bei der Spiele-Schmiede dann verkauft werden. Ich bin bereit, einen kleinen Aufpreis dafür zu zahlen, dass ich es vier, fünf Monate früher kriege oder vielleicht ein halbes Jahr. Wer weiß, ob es im Dezember wirklich kommt. Aber ich bin nicht bereit, einen extrem großen Aufpreis dafür zu bezahlen. Dann warte ich halt lieber, weil so wichtig ist es dann doch nicht. Es wird ankommen. Ich glaube, ich werde es richtig geil finden von der Optik her. Ich werde es super finden. Und spätestens, wenn ich die ersten zwei Kämpfe verloren habe, weil ich so schlecht gewürfelt habe, dann werde ich es wieder zum Verkauf freigeben und werde mich ärgern. Aber dann habe ich ein ruhiges Gewissen. Das ist wie so ein, das ist damals so mit so einem Playstation-Spiel. Du guckst es das hundertmal an und denkst, das finde ich garantiert bescheuert. Das werde ich richtig scheiße finden. Aber du guckst es immer wieder an und du musst es einfach wissen. Du kaufst es dir, du legst es ein, du spielst es zwei Stunden und denkst, was ist das für ein Schrott? Ja, manchmal muss man es einfach so. Aber ich habe, da benahme ich auch Interesse an, du denkst es auf älterweise, falls wir es nicht direkt zusammen schaffen, was ja eher selten der Fall ist, aber du, würde ich mir gerne mal angucken. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall deine Meinung dazu hören, aber das kriegen wir ja auf jeden Fall hin. Ich will das schon mal schon. Im Podcast haben, wenn wir davon bestimmt demnächst mal. Weil du bist ja immer ziemlich gut da drin, wenn du Spiele bekommst, die sehr schnell zu spielen. Das ist ja von der Messe, die habe ich noch nicht gespielt. Das ist schlecht. Ja, sehr schlecht. Ich habe jetzt übrigens auch im Brettspiel-Podcast mit Björn, die haben auch Golem gespielt und die haben auch gesagt, das ist dieses Thema, das passt sowas von überhaupt nicht zu dem, was man da in dem Spiel macht. Bin ich ja froh, aber ich habe es auch noch mal irgendwo gelesen, dass jemand das geschrieben hat. Also die haben gesagt, die Spielmechanik ist interessant, das ist auch gut gemacht mit dem Golem, den man da begleiten muss und so in Geschichten, aber die haben gesagt, das Spielthema passt so überhaupt nicht. Man hat das Gefühl, also was haben die sich dabei gedacht, was haben die da bei dem Spielthema, was wollten die damit sagen? Ja, finde ich sehr schade, weil es ist ja so erstmal cool aufgemacht, aber leider dann, da tatsächlich drüber gebügelt, irgendein Thema zu einem relativ coolen mechanischen Spiel, was dann aber leider nicht so ganz dazu passt. Hätten sie mal uns fragen sollen, da wäre uns schon ein Thema eingefallen. Bestimmt, wahrscheinlich, ja. Teure Lizenz von irgendwas. Okay, dann noch ganz kurz angerissen. Ja, was ist so das, wo du sagst, das motiviert dich lange? Also du kannst ja kurz mal überlegen, was sind denn so Spiele, wo du sagst, die hast du wirklich schon oft gespielt und warum? Habe ich tatsächlich gerade schon drüber überlegt. Ja. Ich glaube, es hat, es ist nicht immer so, aber es sind oft kooperative Sachen, wo man viele verschiedene Missionen hat, mit Leuten zusammenspielt und dann gegen das Spiel, also es darf nicht zu einfach sein, das ist wichtig auf jeden Fall. Too Many Bones ist ja so ein gutes Beispiel tatsächlich. Da ist es manchmal dann doch zu einfach. Zu viert haben wir ja selber festgestellt, zu viert ist es doch relativ easy. Aber zu zweit, zu dritt, finde ich Too Many Bones ist immer wieder eine Herausforderung. Klar, es ist jetzt nicht so, dass ihr, also ihr habt jetzt die sechs, in der Grundbox sieben Tyrannen, die ihr bekämpfen könnt, aber es lebt ja einfach von der Charakterentwicklung des Spiels auch. Ihr habt immer diese Motivation am Ende, versucht ihr diesen Endboss zu besiegen, aber ich finde, das steht eigentlich hauptsächlich darin, wie kann ich den Charakter jetzt so entwickeln und so entwickeln. Und da ist es halt das Gute, dass die immer wieder neue Sachen rausgebracht haben. Wäre nur die Grundbox da mit den vier Helden, ja, da bist du jetzt auch nicht drei Jahre mit beschäftigt, weil irgendwann bist du durch. Das war ja auch bei dir, du hast gesagt, ja, ich merke, ich habe jetzt jeden Helden zweimal gespielt, zwei, dreimal gespielt, dann reicht es irgendwann auch. Und das ist dann da, aber das Ding, wo ich sage, gut, es kam jetzt immer wieder ein neues. Ich bin gespannt. Also im Moment, ich finde es immer noch super geil, weil ich immer wieder was Neues ausprobieren kann und es kommt ja jetzt auch wieder ein neuer Stuff. Mal gucken, wie es in drei, vier Jahren aussieht, ob ich es dann noch habe, ob es dann immer noch so geil ist, weil dann habe ich hoffentlich alles mal ausprobiert. Und dann schauen wir mal. Also das ist das, wo ich merke, kooperativ genauso wie Uprising ist auch kooperativ gegen das Spiel. Haben wir dieses Jahr sieben oder acht Mal schon gespielt. Wir haben uns letztens so bei unten halten mit Dario und Annika. Was ist unser Lieblingsspiel dieses Jahr bisher gewesen? Und wir haben alle drei Uprising gesagt. Dirk, hörst du das? Dirk, du da draußen. Unbezahlte Werbung. Nee, also wirklich, das war, waren wir selber überrascht, dass wir alle so gesagt haben, ja, krass, habe ich auch dran gedacht an das Spiel. Das hat uns irgendwie dieses Jahr, das hat so einen besonderen, das hat irgendwas Besonderes gehabt und das hat uns dieses Jahr extrem abgeholt. Ich sage mal, das ist ja schon so ein drei, drei, vier Stunden Spiel. Sieben, acht Partien davon. Das will schon was heißen. Das ist schon was. Also da hatte ich tatsächlich überlegt, ob ich dich dann noch mal frage, ob ich es mir noch mal ausleihen kann. Aber ich war, glaube ich, einfach auf die deutsche Edition. Dann kann ich mehr Leute bei mir dann damit abholen. Ja, ja. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es kommen jetzt einfach so viele Spiele an. Ja, klar. Da muss ich erst mal hinterher kommen. Bei mir tatsächlich auch kooperativ, zum Beispiel Spirit Island jetzt in dem Fall. Ja, habe ich auch dran gedacht. Wenn du halt ohne Ende verschiedene Helden hast, die du ja auch immer wieder verschieden ausspielen kannst. Also nehmen wir jetzt nur mal das Meer als das Elementar, was man wählt. Ist ja trotzdem jede Runde anders. Du hast Runden, da findest du sehr viele Sachen, mit denen du auch auf Entfernung Schaden machen kannst und kommst halt so ran. Bei manchen Malen kannst du nur versuchen, Leute in deinem Umfeld ranzuziehen. Das kannst du extrem gut, aber du bist auf jemanden angewiesen, der dir die Leute erst mal Richtung Wasser scheucht, dass du die dann ins Meer reinziehen kannst als Ozean oder Meer dann halt. Da spielt sich halt jede Runde auch einfach extrem anders. Und man kann den Schwierigkeitsgrad bei Spirit Island ja wirklich stark nach oben skalieren, je nachdem, was man gerne haben möchte. Man hat ja diese verschiedenen Szenarien, die man wählen kann, plus die Modifikatoren, die man da noch einführen kann. Also man kann den Schwierigkeitsgrad ja ans Unermessliche quasi hochschrauben bei dem Spiel. Und bei Spirit Island finde ich auch faszinierend, ob du das zu zweit oder zu viert spielst, fühlt sich das Spiel komplett anders an. Weil die verschiedenen Spirits so unterschiedlich miteinander arbeiten, dass es eigentlich schade ist, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe, wo ich gerade drüber rede. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal gespielt habe. Aber es ist ein geniales Spiel. Ja, auf jeden Fall. Es ist richtig, richtig gut. Aber was haben wir zum Beispiel noch sehr oft gespielt? Wäre ja auch Scythe. Auch ein schönes Spiel, wo man jetzt sagt, okay, ich spiele jedes Mal ein anderes Volk, was ja eine andere Grundvoraussetzung hat. Ich habe ein bisschen andere Siegbedingungen. Und man bekommt ja auch jedes Mal zufällig ein Board zugelost, was auch so die Herangehensweise ein bisschen ändert. Okay, diese Runde gehe ich aufs Mechs, weil die Ressourcen, die hier bei mir abgebaut werden können, die sind halt sehr gut für Mechs. Oder mein Playerboard lässt es nicht zu. Dann muss ich halt ein bisschen mehr auf Handel gehen. Oder ich sehe schon, was die neben mir entwickeln. Also versuche ich da mitzugehen, dass ich da draus profitiere. Also jede Runde Scythe fühlt sich dahingehend auch ein kleines bisschen anders an. Das Spiel hat seine Schwächen, keine Frage. Aber es ist auch immer wieder spannend, finde ich, diese Cubes geschickt umzulegen, diese Würfel, um sich verschiedene Sachen freizuschalten. Und da kann man wirklich jedes Spiel auch komplett anders rangehen und versuchen, andere Erfolge zu erzielen. Also Scythe ist da auch so ein Ding, wo ich sagen muss, das ist schon sehr abwechslungsreich. Da fühlen sich die Runden unterschiedlich an. Bloodrage ist zum Beispiel was, was auch immer wieder und da ist halt diese super hohe Spieleinteraktion. Das ist halt, glaube ich, da ein Ding. Jede Runde ist halt dann irgendwie ein bisschen anders und vielleicht hast du mal jemanden, der dir dann eben würdig so sagt, oh, hier muss ich jetzt aber mal ganz genau aufpassen, wie das so und so läuft bei dem Spiel. Wir haben auch schon mal so ein Taktikvideo dazu gemacht und da ist es dann so, dass ich, glaube ich, Bloodrage, da ist ja jetzt die Rundvoraussetzung ähnlich. Du dürftest halt deine Karten nach einer bestimmten Strategie, wenn du die dann hast. Aber du hast natürlich die Spieleinteraktion, die das Spiel dann immer anders macht, weil jeder natürlich ein bisschen darauf anders reagiert, je nachdem, wie du Sachen auf dem Spielfeld machst. Das ist, glaube ich, da der Punkt und vielleicht auch bei den Kooperativen. Ich glaube, es liegt aber auch zu einem sehr, sehr großen Teil an dem Draft halt am Anfang. Dadurch, dass deine Grundvoraussetzungen, die geschaffen werden, jedes Mal anders sind. Die du auch selber dann bestimmst, das stimmt schon, das ist auch ganz geil. Du weißt halt von vornherein nicht, wie dein Spiel ablaufen wird und du musst deine Taktik im Spiel immer wieder anpassen und wechseln. Und dann hast du halt so Spiele wie Merchants of the Dark Road, wo du sagst, ja, pff, irgendeiner von den vier Helden, der da liegt, wird mir schon gefallen, den nehme ich schon mit und bring den halt an einen von den vier Orten, der da hinten ist. Also das sind so minimale Taktikanpassungen, die das Spiel aber nicht groß ändern. Du kannst ja bei Blood Rage wirklich, wenn du die Seeschlange nimmst, die wird dir in der ersten Runde gleich zerkloppt und du kriegst in der zweiten Runde nicht mal Karten, die dir dafür Punkte bringen, dass du sie wieder reinbringst beziehungsweise dann sterben lässt oder so, dann musst du sie vielleicht unter Umständen auch abwerfen und deine Taktik switchen, ansonsten hast du keine Chance mehr, dieses Spiel zu gewinnen und diese Flexibilität, glaube ich, Mann, wieso hau ich denn hier so ein Ding, ey? Die macht's halt aus, ne? Also die ist halt auch wirklich wichtig dann, was den Wiederspielwert halt auch extrem erhöht. Ja, definitiv. Oder du hast halt dann, na gut, nee, das kann man nicht als Langzeitmodulation von so Story-Spiele, da hast du halt deine durchgehende Story, wo du immer dran bleibst, aber das ist ja dann was, was dann auch irgendwann zu Ende ist. Also das, glaube ich, nee, das habe ich gerade drüber nachgedacht, das ist aber eigentlich Quatsch, weil da hast du ja meistens bestimmt einen Story-Arc und dann... Ja, aber man kann es schon als Wiederspielwert, glaube ich, irgendwo betrachten, weil wenn du jetzt halt wirklich Spieler hast oder sagst, ich spiele da zwei Runden und bin fertig und jetzt hast du ein Story-Spiel, was du 60, 70 Stunden gespielt hast, also so 10, 15 Runden, dann hat das ja einen gewissen Wiederspielwert, weil du ja auch immer wieder die gleichen Mechaniken machst, aber in eine andere Story gekleidet. Also ich finde, das kann man da halt auch schon im Entferntesten halt irgendwo mit reinpacken. Also so Tainted Grey zum Beispiel machst du ja nach hinten raus auch immer das Gleiche, aber du erlebst halt eine interaktive Story dabei, ne? Also das gehört schon irgendwo mit dazu und das macht es ja dann auch spannend, ja? Und dann gibt es halt wirklich so Spiele wie halt Merchants of the Dark Road oder so Honeybuzz, wo man das Gefühl hat, dass das Spiel im Aufbau sich nur minimal verändert oder jetzt die Paper Dungeons, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die Grundvoraussetzungen verändern sich so minimal, dass ich sage, ich spiele halt Tapestry, ja, du kannst dir ein anderes Volk auswählen, aber im Grunde genommen machst du immer wieder das Gleiche und nach sieben, acht Runden Tapestry war dann einfach, ich hatte meine Wunschpunktzahl erreicht, wo ich halt hinwollte und dachte, okay, ob es jetzt halt noch fünfmal spiele oder nicht, also ich würde es halt mal wieder mitspielen, wenn es einer mitbringt nach einem halben Jahr, aber es muss halt nicht mein Regal vollmüllen, weil dann probiere ich halt lieber ein neues Spiel aus, ne? Das ist bei mir tatsächlich auch so bei Dinosaur Island Round Ride, ich finde das Spiel richtig cool, aber ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert und ich merke halt bei einer bestimmten Taktik, wenn man die fährt, ist man einfach wesentlich besser dran, also hat man viel mehr Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu machen einfach und dann, wenn man ein Merkmal hat, irgendwie so die Essenz gefunden, wo es wahrscheinlich das Beste ist, wie sich das Spiel spielt, dann ist es vielleicht auch so ein Ding, wo du merkst, dann ja, gut, dann ist es irgendwann, dann reicht es irgendwie, also das ist wahrscheinlich so ein Punkt, wenn man das zu schnell bei einem Spiel oder dann, wie du schon sagst, man denkt, man hat alles gesehen, dann ist es halt dann teilweise so durch. Ich finde noch so eins gegen eins Spiele, die sehr schnelllebig sind, sowas finde ich noch geil, das ist glaube ich aber auch geschmacksam, wir zum Beispiel finden ja Dice schon immer noch super geil, wir haben jetzt auch das neue Marvel Dice schon bekommen, haben schon wieder, ich glaube, ich habe schon wieder sieben, acht Runden gespielt, das Spiel. Da brauchst du ja sehr viele verschiedene Helden, du hast ja quasi auch alles gekauft, was man da irgendwie kaufen kann, also du kaufst ja quasi, die Abwechslung ist ja quasi wie bei Marvel, Champions, ja genau, ich war gerade bei United, Marvel Champions, da kauft man sich ja die Abwechslung quasi regelmäßig in das Spiel rein, aber, boah, dann jede Woche oder alle zwei Wochen 13 Euro zu bezahlen, damit das Spiel halt spannend bleibt, ist halt eben auch schon eine Hausnummer, aber da muss man bei dem Spiel eben auch sagen, wenn man da nichts dazu kauft, du hast jetzt die Basisbox mit vier Helden, wie oft spielst du das denn, bis du dann irgendwann sagst, na ja, gut, okay, jetzt habe ich alles gesehen, dann muss ich halt irgendwo immer wieder was dazu kaufen. Redlands ist noch so ein Beispiel, was haben wir auch schon extrem viele Runden gespielt, finden wir immer noch super, und da, obwohl dieses Deck auch wirklich gar nicht so groß ist, ist das, hatten wir auch mit vielen Leuten ein bisschen gespielt, wir haben es auch schon gespielt, mit Olli habe ich es auch schon gespielt, fanden es alle bisher echt gut und ich finde es auch geil, weil es halt auch relativ schnelllebig ist, ich habe mit ein, zwei Lunden mal gespielt, die haben gesagt, die hatten mal so eine Partie, die irgendwie fast eine Stunde gedauert hat, da muss, da läuft halt ein Unterschied bei Redlands, dann macht es keinen Spaß, das glaube ich, das ist dann blöd, aber sonst ist das halt auch ein kleines, schnelllebiges Eins-gegen-Eins-Spiel, wo es halt, aber auch spielinteraktionstätig natürlich super hoch ist, weil man muss darauf reagieren, was der Gegner macht, man muss dem Gegner seine Basen zerstören, letztes Beispiel, War Chess zum Beispiel, das hatten wir noch nicht gespielt, ne, leider nicht, ist ja auch so ein Eins-gegen-Eins- oder Zwei-gegen-Zwei, wo man sich halt taktisch auf dem Spielfeld die ganze Zeit auch hohe Spielerinteraktionen, also das sind jetzt gerade noch Sachen, die mir so eingefallen sind, wo ich sage, die bleiben häufig für eine Weile, da kann man immer wieder was Neues dran gewinnen, weil du halt auch super viele verschiedene Einhasen hast, die du immer wieder anders spielen kannst, ja. Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast mit den Kernmechaniken, ist schon ganz, ganz wichtig, wenn man sagt, also so ein Spiel wird langweilig, wenn man feststellt, man hat die Kernmechanik begriffen, und der Gegner hat nicht die Möglichkeit, in diese Kernmechanik, die ich verstanden habe, einzugreifen, um mich daran zu hindern, mein Spiel zu spielen, wie ich es spielen will. Also wenn man das Gefühl hat, jeder spielt eigentlich mehr oder weniger für sich, oder ich weiß, wie ich alle anderen platt machen kann, ohne dass ich dabei flexibel sein muss, dann wird es, glaube ich, oder dann empfinde ich, werden Spiele halt für mich langweilig, ne. Ich will da die Abwechslung haben, und wenn das nicht klappt, ja, dann muss halt ein neues Spiel gekauft werden. Das ist aber tatsächlich mal ein sehr interessanter Punkt, wo wir jetzt mal zum Ende sagen können, da könnt ihr gerne mal in die Kommentare, wenn ihr bei YouTube jetzt dabei seid, oder geht mal auf YouTube rüber und schreibt mir die Kommentare. Ich bin jetzt schon wieder unglaublich schnell. Ich bin halt in der Rede, bis du damit klarkommst. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was denkt ihr, ist so für euch der Punkt, wann ist ein Spiel eins, wo ihr sagt, das habt ihr über eine sehr lange Zeit, da habt ihr immer wieder Bock, das Spiel zu spielen, hängt es mit der Kooperation zusammen, ist es, dass ihr wirklich, was wir gerade so ein bisschen genannt haben, habt ihr noch ganz andere Punkte, die wir gar nicht angesprochen haben. Ich kann dir gleich sagen, was die ersten Posts sein werden. Ja? Ja, dann mega das Spiel, ey, super geil. Jedes Mal ein cineastisches Erlebnis. Super brutal, Hammer, was man da erlebt. Und, welches Spiel meine ich? Weiß ich nicht, was meinst du? Äh, MSOS? Achso. Ne, da bin ich da. Ja, es geht jetzt aber nicht darum, dass... Das hast du mich gerade erwischt damit irgendwie. Das habe ich gerade überhaupt nicht dran gedacht. Ja, aber ich bin ja meins jetzt auch losgeworden. Und das freut mich. Ich habe jetzt die zweite Version, Leute, nur damit das mal abschließend gesagt, dass auch wieder verkauft ist und bleibt nicht unsers. Also, Martin wollte es sich eigentlich nochmal auslösen. Ich habe gesagt, brauchst du nicht. Wirst du nicht. Wird dir nicht gefallen. Ist genauso wie vorher. Sehr ähnlich wie vorher. Ja. Aber, auch wenn euch das gefällt, ihr könnt das trotzdem in die Kommentare reinschreiben. Wir werden die zwar nachträglich löschen, aber... Nein. Alles gut. Genau. Schreibt einfach mal rein. Was gefällt euch? Also, was motiviert euch Langzeit an Spielen wie Heckmeck? Am Bratwurst-Eck? Diese Stumpfheit einfach vom Würfeln. Diese Stumpfheit, ja. Stumpfheit vom Würfeln ist einfach witzig immer wieder. Einfach da sitzen, sich nebenbei unterhalten und stumpf einen wegwürfeln, ja. Ja, kann man mal machen. Genau, schreibt es einfach mal in die Kommentare und gerade am Anfang, wenn euch unser Geplänkel mal wieder gefallen hat, jetzt heute und nur mal wir beide wieder auf der klebrigen Casting-Couch, dann sagt einfach Bescheid. und das war es dann für diese Woche, würde ich sagen. Ja, finde ich gut. Das ist ein guter Abschluss. War angenehm. Ja, ganz rund die Geschichte. Das war unser, warte, abonniert. Abonniert und für alle, die uns über Apple hören, also EOS. EOS, genau. Einfach mal eine Bewertung da lassen. Fünf Sterne, ne? Also, wer keine fünf Sterne gibt, der lässt bitte keine Bewertung da. Wir wollen in die Sichtbarkeit rücken. Genau. Es müssen uns mehr Leute hören. Der Podcast wächst zu langsam. Da muss noch was gehen. Da muss was gehen. Bei Spotify übrigens sehr cool. Da haben wir schon sehr viele Bewertungen. Ja. Da könnt ihr wirklich alle machen. Das geht ja auch super fix. Wenn ihr gerade bei Spotify seid, stopp. Einmal kurz hoch, einmal fünf Sterne geben. Das haben schon sehr viele gemacht, aber da geht es am einfachsten. Da geht es wirklich richtig fix. Vielen Dank dafür. Genau. Wenn wir da gut in die Sichtbarkeit kommen, dann geht es hier einfach voran. Dann können wir hier auch gleichbleibend gute Qualität abliefern. Genau. Okay. Vielen, vielen Dank Leute für das Reinschalten. Das war der Podcast All About Bread von Miepeking. Danke, ich wurde wieder übergangen. Vor einer Minute dachte ich noch, konzentrier dich. Miepeking? Ja. Was soll ich dir sagen? Tschüss und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.